Und das wird der deutschen Hanf-Szene nicht gerecht, denn in der deutschen Hanf-Szene gibt es genauso viele aktive Frauen wie Männer, nur trauen die sich nur selten auf Bühnen. Es freut mich deshalb umso mehr, dass jetzt gleich zwei Frauen hintereinander sprechen. Als erstes Anne Hellen von den Piraten, die ist aktiv in der Bezirksfraktion in Neukölln, auch eine Bezirksfraktion, die sich für Cannabis Social Club stark macht. Anne, komm bitte zu mir. Anne ist noch relativ neu als Politikerin, aber sie hat schon eine ganze Menge Furore gemacht, weil sie mitunter Formulierungen findet, die den etablierten Politikern, vorsichtig formuliert, ein bisschen zu radikal und wagemütig sind. Und wir hoffen, dass es heute kein Handfahrradgeld gibt. Viel Spaß mit Anne. Danke, Herr Schäfer. Ja, das ist jetzt das dritte Jahr, dass ich hier stehe. Und ich muss auch zugeben, dass ich langsam ein bisschen die Geduld verliere, weil es mir persönlich ein bisschen zu langsam vorangeht. Ich sehe so geduldige Aktivisten wie zum Beispiel Steffen, die das Ganze aktiv schon sehr viel länger begleiten als ich. Und ich bin auch immer wieder fasziniert mit, wie viel Energie sie das tun. Auf der anderen Seite haben wir jetzt schon mehrmals gehört von den kleinen Erfolgen, von den kleinen Schritten, die es immer weiter vorwärts geht, international wie auch in Deutschland. So zum Beispiel jetzt das Gerichtsurteil, dass es Schmerzpatienten von Cannabis erlaubt, auch zu Hause selbst anbauen zu können. Das ist ein großer Erfolg, auch für den Verbraucherschutz. Und ich bin sehr, sehr dankbar für die Menschen, die selber Schmerzpatienten sind, chronisch Kranke, die sehr viele Strapazen und Repressionen auf sich nehmen, um ihre Rechte durchzukämpfen. Und ich bitte dafür einen großen Applaus, weil das sind die Leute, die hier auch für unsere Rechte auch von Genusskonsumenten eintreten und gegen die Kriminalisierung so stark machen. Es kann aber nicht sein, dass diese Menschen dennoch erst alle anderen Therapieformen, erst alle anderen Schmerzmedikamente, die ein teilweise ein viel höheres Suchtpotenzial enthalten und die teilweise viel schwerere Nebenwirkungen haben, hinter sich bringen müssen und nachweisen müssen, dass sie nicht wirken, bevor sie eine Möglichkeit auf eine Therapie haben mit zum Beispiel Cannabis. Und das kann nicht sein und das muss sich ändern. Es kann auch nicht sein, dass diese Rechte dieser Menschen und der Kampf gegen Repression nur in Gerichtssalen stattfindet und zwar durch die durchführt wird, die selbst schon durch Schmerzen und chronische Krankheit leiden müssen. Sondern diese Kämpfe müssen auch in den Plenarseelen geführt werden. Und es heißt, dass dort endlich mit der Torvisierung schlussern muss und die Angst überwunden werden muss, dass man sagt, dass man vielleicht unseriös dastehen könnte oder dann doch lieber nicht so laut für unsere Interessen eintritt, obwohl es im Wahlprogramm steht und sich lieber, weil man Angst hat, nicht mehr bei der bürgerlichen Wählerschaft andocken zu können. Das kann nicht sein. Und das geht natürlich jetzt auch an die Fraktionen, die hier vertreten sind und auch im Bundestag sitzen. Da erwarte ich sehr viel mehr Initiative und da können wir uns nicht auf Gerichtsurteile verlassen. Das sollte endlich aufhören und auch wenn es mit mir, mit euch immer wieder Spaß macht, habe ich keine Lust, das mit meinem Rentenalter zu tun. Und darum muss ich da endlich mal was bewegen. Ich habe hier noch ein schönes Bild für die Entkriminalisierung mitgebracht. Glaspirin, ich finde, wir sollten auch in Zukunft dafür nicht mehr unendlich viel Geld ausgeben müssen in den Apotheken und Repressionen ausgesetzt sein, wenn wir das nicht wollen und wenn wir selber wissen wollen, was wir brauchen und nicht Kriminelle unterstützen wollen. Sondern ich kann euch dazu aufrufen, selbst anzubauen, wenn man sich sicher sein will, was man raucht und auch um den Verbraucherschutz zu stärken. Leider, leider macht man sich damit bis heute noch kriminell. Jedenfalls die meisten von uns. Und das finde ich nicht in Ordnung. Und ich bin guter Dinge, dass wir endlich dagegen kämpfen und auch unsere Rechte erkämpfen, sowohl für Schmerzpatienten, die in Eigentherapie teilweise jetzt schon sich therapieren, weil sie sonst kaum eine Therapiemöglichkeit haben, als auch die Genusspatienten. Als letztes gleich noch gesagt, es gibt auch viele Leute, die in Eigentherapie Cannabis benutzen, zum Beispiel gegen Stress, gegen Stresssymptome oder Angstsymptome. Und auch zum Beispiel diese Therapiemöglichkeiten sind kaum ärztlich zu begleiten, weil es lediglich auf den Suchtaspekt reduziert wird, obwohl es genau in diesen Bereichen sehr viel wichtiger wäre, dass es eine ärztliche Begleitung dieser Therapieformen gibt. Und deswegen nochmal ein Dank an euch, an alle Aktivistinnen und Aktivisten, die sich einsetzen und ganz speziell nochmal an die Menschen, die diesen schweren Weg gehen und die Repression auf sich nehmen, um für legale Therapieformen zu kämpfen. Vielen, vielen, vielen Dank an euch im Speziellen. Danke, Anne von der Piratenpartei in Neukölln, ein Stadtteil von Berlin. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.